Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Stardew Valley, mir lieben Sie Ihre Komori. Hallo. Du musst schon auf Weiter drücken. Ja, hab ich doch. Jetzt wird es bei mir erst angezeigt. Doofes Spiel. Ich finde es lustig, dass wir den Hahn hören, obwohl kein Hahn da ist. Ja, stimmt. Du kannst jetzt das Schild machen, das Letzte. Juhu. Das ist, nee, das ist Little. Das ist Bibi. Wir werden ja neues Gras brauchen. Ja, dann, ne? Weißt du, was du zu tun hast? Oh, ich glaube, hier fehlt auch noch so ein Ding. Was habe ich zu tun? Ja, Gras kaufen. Ich muss mich jetzt mal mit Viecherchen kümmern. Äh, genau. Den da brauche ich noch. The last... Unicorn. Nee. Das hänge ich nicht an dem Baum. Warte mal was. Der hängt jetzt ein Horn am Baum. The last unicorn. Hier, am Baum. Alter, mach da draußen doch mal die Tür leise zu. Nee, Patsch. Boah, ey. Die Türen haben nicht ohne Grund einen Griff. Bist du dir sicher? Ja. Natürlich bin ich mir sicher. Warum liegt da ein Stein in der Erzkiste? Ein Stein. Ein Stein. Hallo. Ein Stein. Mit Schwein passt besser. Hallo. Ein Schwein. Ein Stein. Oh, Blaubeeren. Äh, nee. Prombeeren. Prombeeren. Bienenschattöcke. Außerdem sind das Kranberries und keine Brombeeren. Brombeeren stehen hier bei mir. Ach so, die liegen da rum. Ist ja gut. Kranberries, beziehungsweise doof deutsch übersetzt in, äh, in Preiselbären. Nur das Preiselbären, was ganz andere sind. Das ist mir Bumpe. Im Spiel ist es der, der deutschen Übersetzung ist es wahrscheinlich Bumpe. Cranberries sind deutsch übersetzt Cranberries. Cranberries. Cranberries, beziehungsweise? Ja, Cranberries. Geld. Bären. Was, Geldbären? Habe ich noch nie was von gehört. Ja, das sind so Bären, die haben Geldscheine auf sich drauf. Wow. Das sind Reichbären. Reichsbären. Ja, nee, das will ich jetzt nicht sagen. Holz. Schleim. Ein holziger Schleim. Du hast nicht die ganze Chance, Schleim. Ups. Ach du, Schleim, hast keine Chance. Ich auch nicht. Bist du Hinebri. Hinebri. Ja, hau in die Luft. Hm, gute Idee. Hau in die Luft. Okay. Dusch. Äh. Dusch, 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 dusch. Gibt es eigentlich Lachsbären möglich? Ja. Bei mir gerade hier. Ich habe hier gerade unten die Reihe. Ähm. abgeerntet mit Mayonnaise und Co. Weiß und blub, 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 blub. Und dann oben an dem, an diesem Trommelblock. Susch. Das war eine sehr interessante Melodie gerade. Glaub ich dir. Wir haben jetzt 200 Holz zusammen. Das kann ich schon mal abgeben. Ja, dann nehmen wir aber die Batterien noch mit. Die Batterie für die Energie, die, die. Da hat mir auch immer ein Ohrwurm reingesetzt mit dem Lied. Das ist nervig. Ja, ich kriege das auch nicht mehr weg. Ach ja, was macht denn unseren Kelly? Kelly hat vor sich her. Ja, der Kelly hat wirklich vor sich her. Schau. Dauert ja einen Monat, hast du gesagt. Hä? Dauert ja einen Monat, hast du gesagt. Ja. Pro Qualitätsstufe einen Monat. Circa. Ja. Ja. Das hier ist, wenn ein Schaf kommen würde, der ist Schnuffel genannt. Schnuffel. Schni, schna, schnuffel. Schnuffel, schnuffel, schnuffel. Schnuffi, schnuffi, schnuff. Schnuffi, schnuffi, schnuff. So viel Zeit muss sein, ja? Ja. So, 200 haben wir da. Ach so. Moment. Einmal Käse. Duftisch, duftisch, duftisch. Ähm. Wo ist denn die Batterie? Ähm, sind die nicht hier beim Erz mit drin? Doch. Oh, 51 Batterien. Batterie? Wir brauchen ja nur 5, ne? Ja. Und wir haben, achso, das ist Quarz. Achso. Quarz. Ich hab das Iridium mit Quarz verwechselt. Deswegen hab ich gesagt, wir hätten so viel. Ja, das wär schön. 101 Iridium, weiße. Das wär schön. Nee, 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 nee. Äh, das, das, das. Ach, das raffinierte, meinst du? Genau, genau. Ja. Das heißt, die Iridium sind. Achso, okay. Ja. Macht Sinn. So, ich rüste mich schon mal. Wieso? Passiert irgendwas Schlimmes? Ja, dass wir dann am nächsten Tag in die Biene gehen, nach Iridium gucken. Weil in meinem Hauptspiel stand, konnte ich instant das Schiff reparieren. Da hatte ich auch schon über 10 Jahre auf dem Buckel. Jo, hier sind wir gerade erst im zweiten Jahr. Erntebestellung und Hummel. Ach ja, genau. Ich wollte ja noch die... Reusen füttern. Genau. Die Reusen. 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 So. Ii, was ist das denn? Hä? Da war gerade eine Krabbe gewesen. Was, wo? Na, hier beim Schiff. Achso, ja. Vor allem Ii. Ja, ich hab mich erschreckt. Als ob eine Krabbe so Ii ist. Was haben wir denn sonst noch? Stern eine... Die Sternfrucht. Hatte ich die aufgehoben? Nope. Ich weiß, ich hab sie geerntet. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da sind sie noch. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Die müssen wir auch noch abgeben. Pierres Mitteilung. Bring etwas Sashimi. Ah, da brauchen wir. Dann brauche ich noch ein Fischli. Oder zwei, eher gesagt. Zwei Fischlis. Hier hinten am Strand ist so eine Lücke. Ist die normal? Ich glaube, die war schon immer da. Ja, hatte ich mich nämlich auch schon mal gefragt. Das sah nämlich so aus, als würde da irgendwas reingehören. Wow, eine Iridium-Sardine. Sardine. Sardine? Sardine. Sardine. Sarabie. Salami. Das ist das, was man als allererstes hört. Salami. Ja. Oder König im Kino, ne? Ja. Ich habe einen Anker gefunden, hat vielleicht mal ein Pirat gehört, steht er nur. Ja, haben wir schon. Sonst würde da Gunther stehen. Der Gunther ist so Gunther. Äh, der Gunther ist so munther. So Gunther runter. Ich habe alte Zeitung, die zeige ich jetzt. Oh, da ist ein Diamant. 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 Verkaufen. Verkaufen. Ich leckere den Hund. Nein. Aber wenn es gerade sehr falsch aussah. So, Ki. Äh. Ah. Fange den Tüntenfisch. Okay. Oh, wir brauchen noch mehr Amaranth. Knie. Ach, Peperoni. Und ein helles Bier. Was immer du da machst, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade in den Quest geguckt, die wir noch haben. Und wir haben sehr viel. Okay. Es ist immer schön, wenn man irgendwo eine Nachricht bekommt, aber sich das Ding nicht richtig öffnet. Geil. Ja, schön. So. Yeah. Super. Ich habe Sammelnstupe 10 gekriegt. Emwe kann ich jetzt Botanist machen. Gesammelte Gegenstände haben immer die höhere Qualität oder Fährtenleser, die positionensammelbare Gegenstände werden aufgedeckt. Ich würde das erste nehmen. Ja. Weil immer die höchste Qualität. Nee, du kriegst, wenn du Sachen aufhebst, zum Beispiel Weintrauben oder Nüsschen oder sowas, hast du immer die Iridium. Da, da. Nein, ich bin nicht in Spät. In Spät. In Spät. In Spät. In Spät. Hallo. In einer Woche halten wir das Dardew Valley Volksfest ab. Ja. Pfff. Interessiert mich nicht. Was haben wir denn hier? Aprikosen, Wein. Müsst ihr alle so bedamisch ineinander stehen? Ja. Oh, eine CD. Und eine Maruschel. Ich muss unbedingt noch, dass wir Sand kaufen, wollte ich gerade sagen. Was, Sand kaufen? Ja. Okay, dann geh mal Sand kaufen. Analkaia, hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst. Aber es kann ja nicht schaden. Ist das so eine einzelne Rübe oder sowas? Pastinaka. Ja? Sag ich doch. So eine einzelne Rübe wieder. Oh, die Bäumchen sind fast ausgewachsen. Was soll ich denn mit der Pastinaka anfangen? Verkaufen. Oder mach Samen draus. Ups. Ich hoffe, ich habe alle durchgestreichelt. Dürfte aber alle erwischt haben. Oh, es gibt auch wieder Brombeeren an den Büchern. Ja, das habe ich schon erzählt, dass ich Brombeeren gesammelt habe. Ja. So hörst du mir zu. Ja. Ja, ich merke es. So, ich merke es, liebe Leute. Sie hört mir nämlich überhaupt nicht zu, wenn ich irgendwas sage. Nope. Ich habe ihr noch niemals in meinem ganzen Leben zugehört. Dutz, 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 dutz. Den Mund freut's. Den Mund freut's. Der freut sich ein Ast. Ring von Jova. Wir wollten los. Ja. Auf. Hast du Käse und Spitzhacke und Schwert? Ja. Gut. Und auch, es ist noch angehört, aber das ist egal. Ja, mein Gott, das ist nicht schlimm. Wo soll man hin? In die Wüste. Wir müssen doch Iridium sammeln tun. Wir brauchen 25 Iridium-Erze. Okay. Warum 25? Achso. Ja, für fünf Barren halt. Au. So, du weißt wieder, Erze baue ich ab und, äh, Edelsteine baust du ab. Wenn man noch unterscheiden könnte, was was ist, dann ja, war alles gut. Ja, du wirst doch wohl ein Erzding unterscheiden können. Ich wollte das zum Beispiel abbauen. Ja, das war einmal, äh, Eisen und Dingens. Und Gold. Das waren keine Edelsteine. Jetzt heißt aber erst mal Loch suchen. Ja. Loch gefunden. Loch. Nein. Obacht! Wobei, wir können eigentlich drauf verzichten, irgendwie das Erz mitzunehmen, außer Iridium. Oh, Alter, ich habe einen Barren gekriegt. Ein Iridium-Barren. Cool. Kuchen. Au, 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 au. Und eine Lotiz. Kübiskuchen. Reunig. Danke. Und ich muss, und ich muss was futtern. Haha. Wittig. Hallo. Hallo. Boah, ich musste aufstoßen. Entschuldigung. Blehks. Ich habe so leise, wie ich es mir möglich war, gemacht. Oh, hier. Leiter. Da oben auch der Leiter gewesen. Ich wollte nur hier um mich herum gucken. Oh, okay. Habe ich nichts gesehen. Das orme Vieh hatte mal einen Hauch einer Chance. Lieber Eß als ich. Ja, hau daneben. Gute Idee. Ja, ne? Mhm. Ich habe so eine Eintagsfliege vor mir. Hallo? Weg. Na? Eigentlich ist der Name Eintagsfliege irritierend. Ja. Naja, die richtigen Eintagsfliegen leben auch nur einen Tag. Sogar weniger als ein... Oder mehr als einen Tag? Ne, weniger. Weniger, ne? Ja. Die kommen eigentlich auf die Welt und... Sind direkt am Poppen und am Kinderkriegen und sterben dann gleich. Was ist das denn? Alter, es hat mich gerade erschreckt. Du hast irgendwas aufgesammelt. Ach, das war Feuerquarz. Das war direkt vor meiner Nase. Was soll ich denn da machen? Ich dachte schon, hier mit dem Kommentar... Oh, was ist das denn? Ich dachte jetzt, du hast irgendeine besondere Ebene oder was gefunden. Ja, für mich war es was Besonderes, was direkt vor meiner Nase war. Ja. Nichts. Flump. Oh, gefunden. Yay. Schnell, nein. Knochen. Knochensturm. Was willst du? Knochensturm. Knochensturm. Erwin schreit Knochensturm, ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Schnell. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Das hört damit wie... Uff. Obacht. Böse Biester. Oh, noch ein Iridium-Barren. Geil. Ja, brauchen wir nur noch drei. Oh, hast du auch einen gekriegt? Nee, du hast doch schon zwei. Ja, ja, meine ich doch, hast du auch einen gekriegt. Weil du sagst... Achso, wir brauchen noch drei. Ich hab verstanden, wir haben drei. Wir brauchen nur noch drei. Yay. Hier unten ist Schleimsens... Der. Schön, wenn der Gute erst mal in die falsche Richtung blockt. Oh, zwei Erze. Bläh, 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 bläh. Oh, ich hab den Gang nach unten gefunden und komm nicht mehr weiter. Ich muss hier stehen bleiben. Ist das Ding in dir gespawnt? Ah, ich hasse diese... Ich hasse diese Mumien-Ebenen. Böse Mumien. Weg. Direkt nach unten gefunden. Ah, super. Einmal schnell gucken. Nö, ist nix besonderes. Ah, nee, da ist noch... Da geht's noch weiter. Nö, ist nix. You can go down. Schleimsens... Schleimsens... Oh. Wieder zwei Erze. Juhu. Gib nicht mal ein Erz. Aber ich nehm jetzt grad mal Käse. Und das, obwohl du eigentlich diejenige bist, die schon das höhere Glück hat, weil du diesen Talisman schon gekriegt hast von dem Auto. Tarepepe, paripopu. Nee, da ist nix mehr. Ja, mach doch was nicht. Ja, ist schon wieder so ein Scheiß da. Hallo, du Kackgeist. Autsch. Nee, hier ist auch nicht... Amel, tschüss. Oh, Weg. Moment, den Amel twiste mich übrigens noch mit. Du könntest auch die Bomben legen. Stimmt. Au. Du warst noch nicht out of range. Hier oben ist Leiter. Gut. Ja, hab ich auch grad festgestellt. Schmerzen. Kratz, kratz, kratz. Muss ich dich heute Abend erst wieder verarzten. Ja. Wolkens, doch du Eierloch. Da, 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 da. Jetzt kann uns wieder folgen. Geh-oh-de. Geh-oh-de. Loch, 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 loch. Na. Oh, eine Omni-gehode. Ja. Ah, da unten ist ein Iridium. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Muss ich den nicht abbauen? Nein, das ist ein Ding. Nee. Das ist das. Nee, Iridium ist ja Erz. Juhu, drei Stück. Weiter. Sieben. Au, 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 au. Na. Autsche. Kackvieh. So, ist hier sonst noch was? Sieben Erz. Und zwei Bordin. Juhu. Oh, da oben ist, da unten ist wieder Kolle. Hast du schon den Weg nach unten? Ja, ja. Ja. Ich weiß, mein, mein Erinnerungsvermögen in dieser Hinsicht ist irgendwie sehr, sehr, sehr gering. Ich merk's. Ich hab dir schon von den Brombeeren erzählt und du sagst, oh, das sind Brombeeren. So, haben wir denn hier noch was Interessantes? Oh, da unten sind, oh, 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 da oben sind jede Menge Kieschen. Ne, 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 ne. Ich hab ein Stahlschwert. Das nehmen wir noch mit. Wir sollten jetzt aber gehen. Jo. Oh, dringend. Äh, äh, äh. Schnell. Äh. No. Schade, dass wir nicht, äh. Genau. Das wird sehr knapp. Beeilung. Pamm. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Fahr wieder wegend. Dok, 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 dok. Äh. Ja, das passt. Lauf. Ah, ist knapp. Lauf. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Nein, ich schaff's nicht. Okay, ich schaff's nicht. Nein. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Aber normalerweise sollte hier eigentlich nichts passieren, weil wir sind ja in unserer eigenen Bude und ob wir jetzt auf dem Boden schlafen oder im Bett, ist ja eigentlich egal. Tja, ich glaube nicht. Aber das sieht das Spiel leider anders. Aber wollen wir das in der nächsten Folge dann machen? Äh, ja, es sind halt noch ein paar Minütchen, ne. Ja, kommen die drei Minuten. Wir können wenigstens zeigen, ob wir jetzt, ob wir Geld verloren haben oder nicht mehr. Wir können auch nicht machen. Ja. Glauben wir das so. Okay. Ich denke mal, ja. Ja. Uff. Weil das werden sie dann beim nächsten Aufnehmen dann eh nicht mehr sehen, weil dann machst du ja wieder Tontest und dann können wir es jetzt auch schnell zeigen. Ja. Ja, das steht dann halt im Briefkasten. Ach, du Scheiße. Ah ne, steht nicht im Briefkasten. Bei mir steht nix. Ich guck mal bei mir eben schnell. Oh. Nein, da ist auch nix. Okay. Scheinbar, weil wir vielleicht im Haus umgefallen sind. Und da war gerade ein Rabe. Ich hab vergessen da, äh, scheiße, jetzt muss ich neuen kaufen. Ja. Ich hab vergessen da die Dinge hinzustellen. Ah, wie gesagt, nicht mehr in dieser Folge. Ne, sonst müssen wir ja noch einen Tag machen. Jo, ne, machen wir nicht. Also da, danke fürs Zuckuckern. Oh, der Käse ist fertig. Ja, nicht mehr in dieser Folge. Ja, wollte ich nur sagen. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.